Hallo und herzlich willkommen zurück zu ja, Heavy Rain einer weiteren Aufnahme-Session ich weiß, hier beim letzten Mal ist der Stream hier abgeschmiert ähm und ich hab keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert ist schon so lange her so, aber weiter geht's also für dich auf YouTube, wir sind im Live-Let's-Play sagt der gar nichts mehr oder okay naja ich glaube ich muss noch weiter suchen, ne kann das sein, ich hatte okay hatte ich schon alles gefunden gehabt okay schauen mal hier weiter ich glaube das wird auch die letzte Aufnahme-Session für Heavy Rain, also für die Leute, die auf YouTube schauen ich meine, wir sind dann fast mit dem Spiel sogar schon durch wenn ich mich in Recht entsinne damals von der PS3 äh, hallo gucken wir nochmal hier ob hier noch irgendwas ist da ist auch nichts äh hier vielleicht auch nichts ah, hier ist noch was ist das Ölflecken oder sind das Fußspuren ich weiß es nicht werden so schnell rausfinden aber so eine Brille und so ein Handschuh hätte ich gern zu Hause muss ich ganz ehrlich gestehen hui, okay ich schau mich mal hier drin um oh ah was haben wir denn da Schönes Fingerabdrücke aha guck mal einer an und da auch überall drauf und Jackson, wenn ich das nein, was machst du denn da es ist äh, faszinierend wenn man eine längere Zeit ein Spiel nicht spielt wie raus man doch ist vor allem wenn man verschiedene Spiele spielt so äh war es das jetzt oder ich nehme mal die Brille ab und dann schauen wir mal so gucken wir mal ach nee, ich glaube ich ich glaube ich muss die Brille so warte mal, da war doch noch irgendwas ne, was ist das denn hier ohee aha pass auf einer deiner Kollegen war ein bisschen zu neugierig musste ihm leider sein kleines Maul stopfen verdammt Hände hoch, du Schwein hab ich doch schon Bock auf deine Spielchen ich werde dich hier rausschaffen und schön fertig machen Höh oh, Quicktime, scheiße oh Gott, oh Gott, Quicktime oh Gott Höh Aua äh Höh höh alter oh Gott, oh Gott, oh Gott, 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 Gott das war's Kumpel Das reicht jetzt, verdammt. Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie. I. Bist du jetzt komplett übergeschnappt, Mann? Ja, scheiße, Jack. Das war doch nichts. Nur Selbstverteidigung. Ganz genau nach Dienstvorschrift. Töte oder werde getötet. Wow, wow, wow. Halt, das reicht. Mir fällt da gerade was ein, hä? Oh, mir fällt was ein. Ich erzähl dir was. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte ne neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da hab ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Ähm. Scheiße, nicht jetzt. Ohne. Alles, was sie sagen kann und wird? Hey, hast du ein Problem? Oder was ist los? Oh, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Wie viele Tassen soll ich noch drücken? Alter. Ihr hättet meine Finger jetzt mal sehen müssen. Oh, das ging gerade noch mal gut. Sieht aus wie 50 Cent. Puh, das ging gerade noch mal gut. Ich bin noch ein bisschen am rumhampeln mit der Kabel. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Ja, dann wollen wir mal. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Donnerstag, 16.30 Uhr. 93,27 Millimeter. Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hätte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazu gehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Hm. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich hab Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rüeier werde ich schon hinkriegen. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen. So, dann wollen wir mal... Die Frau hat Nerven. Wirklich wahr. Armer Manfred. Wir haben gerade auf die alten Zeiten angestoßen. Hat ihm kein Glück gebracht. Stimmt, wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass Manfred umgebracht worden ist. Kater nach all den Jahren wiederzusehen. Ist immer noch derselbe durchgeknallte Scheißkerl. Na, dann wollen wir mal. Kommen wir mal bei Rüeier. Die alten Zeiten, wie in seinem anderen Leben. So. Mh. Lecker Rührei. Stimmt, ich muss den Controller ja auch bewegen. Das ging ja schnell. Achso. Wollte schon sagen. Das sieht nicht aus wie Rüeier. Wenn ich das mal so sagen darf. Das sieht mehr aus wie... Morgenurin oder so. Sind die jetzt fertig, oder? Willkommen zu Flexis Kochstudio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und willkommen übrigens zu Let's Play Live. Schon zum Live Let's Play von Heavy Rain. Sind die jetzt... Sind die jetzt fertig, oder? Ah ja, jetzt. Das sieht doch nicht aus wie Rührei. Das ist aber wie so ein Hefekloß. Oh Gott. Lauren. Lauren. Steht Ihnen gut. Wenn das sein Bademantel ist, dann möchte ich nicht sehen, wie ihr seinen Schlafanzug aussieht. Huch. Hey, das sieht fast genießbar aus. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten zehn Jahren 30 Kunden Rollteile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln. Ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Das könnte... Huch. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das... Wenn der Killer tatsächlich mit einer Rollmaschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Ähm, Lauren. Das ist nur eine Theorie, aber... Ja, ist möglich. Nein, nein, nein. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Ja, rechts hat es schon, ne? Die Frage ist nur... Wer... Die Rüh-Eier sind mittlerweile kalt. Beziehungsweise der Pfanne gugen. Haben Sie ihn jetzt? Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. John Shepard? Sie geben nie auf, oder? John Shepard? Ja, ich liebe meinen Job. Eigentlich müsste ich Gordy Kramer befragen. Stattdessen stehe ich bei strömendem Regen auf einem Friedhof und suche das Grab eines Kindes, das seit 30 Jahren tot ist. Ja. Sie ist überzeugt, auf der richtigen Spur zu sein. Und ich finde, wir verschwenden unsere Zeit auf diesen verdammten Friedhof. Irische Gräber? Das muss ich ihr lassen. Sie ist wirklich eine entschlossene Frau. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist. Ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Danke. Ich hasse Friedhöfe. Die ziehen mich total runter. Hm. Das Mädchen weiß genau, was sie will. Bringt nichts, mit ihr zu streiten. Wie schneller wir das Grab finden, desto schneller kommen wir von hier weg. Die sagt, sie ist im nächsten Abschnitt. Aber wo? Ich kann aber auch nichts darauf erkennen. Kann ich mir die... Ah, Moment. Kann ich mir die Nähe angucken? Aha. Louise Cox. 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 Äh, hallo? Kann ich? Verzeihung. Ich suche das Grab eines Jungen. Ein John Shepard. Geradeaus. Ein Stück weiter hinten. Danke. Aha. Mit dem Rücken zu uns redet er mit uns natürlich auch sehr, sehr höflich. Wahrscheinlich auch nie Anstand gehabt. Ist das Russell Howard? Jana Bell? Aha. Hier ist es. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Mhm. Interessant. Armer Kleiner. Ich kannte den Job. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Okay. Ihr nichtsnutzigen Sträuche. Macht euch gefällst hier raus. Los. Haut. Ab, ihr verfluchten Rotsenbängel. Kommt wieder. Das war die Balkontür. Der sagte Mutter von der Arbeit zurückkommt. Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los. Wir spielen. Yay. Was spielen wir denn? Verstecken? Ich wette, du kriegst mich nicht. Los. Okay. Fangspielen. Cool. La la la. Okay. Wir spielen jetzt den jungen, äh, John Shepard. Den kleinen Jungen. Und der Vater ist wohl, der trinkt wohl sehr, sehr gerne. John hat recht. Wir sollten hier nicht den ganzen Tag rumhängen, sondern spielen gehen. Mami kommt erst später von der Arbeit. Sie würde uns vor ihm beschützen. John will mir hochhelfen. Ich beeile mich lieber. Lieber draußen nass werden, als drin seine Wutausbrüche abzukriegen. Hä? Ich hab doch gedrückt. Achso. Entschuldigung. Hü. So. So. Ne. Dich lass ich unten stehen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Heidewitzka. Herr Kapitän. Äh. Wo ist er? Äh. Wacht da. Oh Gott. Das sieht... Das ist ein ganz normaler Spielplatz in Köln. Äh. Ich wollte es. Juppie. Komm. Na los. Okay. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So. Was sagt da Mann, du bist? Ich muss es ja kurz, ich kann nicht lesen jetzt. Natürlich. Und jetzt? Ich warte. Jaha. Okay, Treppe rauf. Ja, ich bin schon dabei. Mach mal lang, mach mal halb lang. Äh, wie komm ich jetzt da rauf? Äh, wie komm ich denn? Ah, so. Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, R1. Äh, 2. Und. X, 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 X. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Alter. Boah, ganz schön mutig, die beiden. Was muss man denn ja lassen? Eie, 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 Eie. Oh Gott, ob das, oh, ob das so gut geht? Jetzt habe ich noch beinahe falsch gedrückt gerade. Oh, oh Gott, es ist mir, oh, oh. Ich war so ein bisschen verwirrt gerade. Entschuldige mich bitte. So. Aber rennt er denn immer so weit vor? Es ist so ein Piss, Pisswetter. Wo ist er? Wo ist er? Ah, da ist er. Hey, eine Rutsche. Die Spielplatzrutsche. Die Spielplatzrutsche. Yay. Und los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob das so gut ist? Ich habe Angst vor den Quick-Time-Events. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schwitze gerade Blut und Wasser. Ihr könnt es ja auf YouTube nicht sehen. Ich, äh, ich habe ja die Cam aus, auch auf Twitch. Ähm, oh Gott. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu, Black Skull. Und willkommen zur Let's Play Live. Für uns im Live-Let's Play von Heavy Rain. Ich nehme gerade auf für YouTube. Weitere Folgen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Nein, 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 nein. Geh rüber. Geh rüber. Geh rüber. Geh einfach rüber. Boah, Gott sei Dank. Alter. Hu. Yeah. Ähm. Ich bin Kai. Nein. Uhra. Oh Gott. Das wird so schief gehen. Hu. Alter. Oh. Es ist Zeit für den Todessprung. Oh Gott. Der ist ein bisschen, ein bisschen mutig, ne? Ne, 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 warte mal. Ne, 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 ne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wie viel Tasten denn noch? L1. Willstja mich ver... Hüpp! Natürlich! Ich hab doch nur 10 Finger! L0oos! Alter! Oh mann, oh mann, oh mann, oh mann. Yeah. Kann ich nicht schneller zählen? Ich habe in Mathe, habe ich nicht aufgepasst, war ich nie gut, ne, deswegen, äh, was, wie Hilfe, was, wo, 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 nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm schon, komm schon. Na komm. Oh, das gibt es noch nicht. Mann. Ja, und jetzt? Doch, auf der PS3 ist aber schon, ich glaube 2012 war es gewesen, habe ich es gezockt. Das arme Kind fand keine Hilfe, und, äh, sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich, ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ah, ja. Also, ich gehe lieber nach Hause. Vielen Dank.